Mein Name ist Katja Echmann, ich bin 42 Jahre alt, arbeite hier im DG Verlag als Softwareentwicklerin im Bereich IT und Organisation seit ungefähr einem Jahr. Meine Aufgabe ist die Weiterentwicklung und der Support für den Genobyshop und die Betreuung und Beratung in allen IT-Bereichen. Der Genobyshop ist die Online-Plattform zur Beschaffung für die Volksfreiweisenbanken. Das Spannende ist, immer am Ball der Zeit zu sein, also wirklich immer die modernsten Sachen einzusetzen und auch immer innovativ zu sein und neue Sachen zu entwickeln. Für mich, als ich hergekommen bin, war es sehr wichtig, in Teilzeit zu gehen aufgrund meiner familiären Bedingungen. Das heißt, ich arbeite 30 Stunden und ich muss sagen, es klappt hervorragend. Mein Team hat sich gut darauf eingestellt und für mich war es sehr wichtig, an der Stelle flexibel zu sein und es wird mir hier auch gegeben. Ich bin sehr zufrieden, weil ich komme aus der Selbstständigkeit und habe es genossen, wieder hier im Team zu arbeiten und ich bin sehr gut aufgenommen worden, eine kurze Einarbeitungszeit eigentlich gehabt, weil mir alle sehr geholfen haben. Viele kennen den DG Verlag gar nicht. Ich glaube, das muss einfach vorangehen, dass die Leute in Wiesbaden kennen. Ja, hier ist der DG Verlag, großer Arbeitgeber, ist toll hier. Ich hatte einige Gespräche und die sind super gelaufen und sie hat mich einfach überzeugt und ich war einfach positiv überrascht. Bereits dieser genossenschaftliche Gedanke damals, macht nicht jeder so sein eigenes Ding, sondern wir suchen gemeinsame Sachen, gemeinsame Lösungen und wollen auch gemeinsam vorankommen. Ich glaube auch, dass man für manche Sachen auch einfach die Ruhe braucht und nicht immer nur diesen Druck, wir müssen fertig werden, das muss noch fertig werden. Ich glaube, das ist für die Qualität ganz wichtig. Das sieht man, glaube ich, auch in unserem Produkt. Ich kann mir auf alle Fälle vorstellen, längerfristig zu bleiben. Dadurch, dass man sich überall einbringen kann, auch wirklich sich selbst entwickeln kann. Man hat die Möglichkeit und den Raum einfach das zu machen, was man möchte. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.